Der schlimmste Fehler, den du bei Frauen machen kannst, ist, dass du sie nicht alle in einen Topf wirfst. Richtig gehört. Denn Frauen sollten alle in denselben Topf geworfen werden, wenn du ein Mann mit Herz bist. Wir werden dir ganz genau erklären, wieso wir das sagen und wieso das auch funktioniert, damit du die richtige Findest an deiner Seite hast und auch behalten kannst. Herzlich willkommen zum Freundin für den Podcast. Mein Name ist Andy Friday. Dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Und an meiner Seite im Studio heute Dominik Vanave, unser Experte für Selbstbewusstsein. Und dem Wetter. Lass uns loslegen. Wenn du den Ratschlag hörst, dass du alle Menschen nicht in einen Topf werfen solltest, dann ist das zunächst einmal ein guter Gedanke. Wir sind alle Individuen und es macht Sinn, dass wir uns nicht einfach so in einen Topf werfen und sagen, alle Menschen sind so, alle Frauen sind so, alle Männer sind so. Denn dann kommen meistens, wenn wir das tun, negative Gedanken raus. Wir sagen solche Sätze meistens, wenn wir andere Leute in einen Topf werfen wollen, weil wir uns nicht mit ihnen beschäftigen wollen, weil wir uns nicht mit den Details beschäftigen wollen und deswegen einfach über den Kamm geschert, es simplifizieren wollen mit, alle sind schlecht, alle doof. Aber was wäre, wenn du das Ganze umdrehst und einmal diesen erleichternden Effekt, den es hat, wenn man alle Leute in einen Topf wirft, weil du dann dir weniger Sorgen um die Details machen musst, wenn du dir diesen Effekt zunutze machst, aber für Gutes. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Frau siehst, die dir unglaublich gefällt und du wirst nervös und wir kennen das und dann stehst du vor der Frau oder die Frau läuft vorbei und du siehst sie vielleicht immer wieder, geht immer wieder denselben Weg zur Arbeit entlang und du siehst sie immer wieder und du denkst dir, boah, die ist so wunderschön, ich würde gerne das Gespräch beginnen, aber sie hätte kein Interesse an einem Mann wie mir. Die ist viel zu unerhbar. Sie ist wirklich wunderschön, sie ist außerhalb meiner Liga. Das kann ich nicht machen. In dem Moment hast du sie als Individuum genommen und du denkst, sie sei besser als du. Du hast sie auf ein Podest gestellt. Aufgrund dieser Nervosität wirst du dich nicht vom Fleck bewegen. Auch nicht so hilfreich. Was wäre, wenn wir jetzt aber diesen hilfreichen Effekt von alle in einen Topf werfen hierfür nutzen, um bei ihr die ganzen schönen Dinge, die sie so ausmacht, auf mehrere Frauen projizieren und sagen, wow, schau mal, da ist eine Frau, die läuft so langsam, die hat so einen stolzen Gang, die sieht aus, als ob sie weiß, was sie im Leben will. Schau mal, wie wunderschön sie ist. Sie ist groß, sie ist schlank. Wow, ich liebe große, schlanke Frauen. Ich liebe Frauen, die wissen, was sie im Leben wollen. Ich liebe Frauen, die mit einer gewissen Grazie durchs Leben gehen. Jetzt hast du, mein Freund, ganz viele Frauen in einen Topf geworfen. Nämlich große, schlanke Frauen, Frauen, die wissen, was sie wollen, Frauen, die ihren grazilen Gang haben. Und wenn du jetzt sagst, wow, das ist ja sexy, ich liebe das an dir, dann hast du sie in dem Moment in einen Topf geworfen, aber du hast nicht ihre Menschlichkeit aberkannt. Du hast nicht ihr irgendetwas Negatives gewünscht oder an den Kopf geschmissen, sondern im Gegenteil, du hast das an ihr wahrgenommen, was wunderschön ist, was attraktiv ist, was du an ihr schätzt, was du verehrst und du hast es auf eine unabhängige Weise auf alle Frauen projiziert. Du hast alle Frauen in den selben Topf geworfen, denn alle Frauen, mein Freund, und das ist der Knackpunkt, haben etwas Wunderschönes, etwas Tolles, etwas, das wir verehren können. Genauso wie auch alle Männer etwas haben, was stark ist, was wunderschön ist, was beschützenswert ist, was wir verehren dürfen. Und wenn du verstanden hast, dass es Dinge sind, die du ebenfalls schon in dir hast und die sie in sich hat, dann seid ihr nicht mehr sie hier und du da, sondern seid ihr auf Augenhöhe und du kannst sie trotzdem verehren. Weil du verehrst sie nicht hier oben, weil sie besser ist als du, sondern du verehrst sie auf Augenhöhe für all die schönen Dinge, die sie genauso hat wie alle anderen Frauen und die du genauso hast wie alle anderen Männer. Das ist Verehrung auf Augenhöhe. Das machen wir, indem wir einem Menschen ein Kompliment geben, nicht für etwas, was der Mensch individuell hat oder kann, sondern weil du etwas in den Menschen entdeckt hast, was viele Menschen können oder sind. Das ist ein Riesenunterschied. Darum bitte, wirf Menschen mehr in einen Topf. Und jetzt geben wir dir natürlich noch ganz viele konkrete Tipps, wie du das machst, damit du die Richtige findest. Ja, es ist ja genau so, dass du, oder es ist ja genau dann in dieser Situation, dass du das höhere Ideal damit verehrst. Also die Weiblichkeit, das göttliche Weiblichkeit, die göttliche Schönheit, die göttliche Grazie. Und sie ist einfach nur ein Avatar, das Ganze. Genau. Das heißt nur, also sie ist eine Ausprägung davon, eine Fleischwerdung davon, wenn du so möchtest. Und das ist, also es klingt erstmal so, wenn wir das noch nicht so gewohnt sind, als ob wir damit ja dann der Frau irgendwie das Kompliment wegnehmen, weil wir ja nicht sie selber auf das Podest heben. Sie ist, also sie als Individuum ist jetzt nicht mehr diejenige, die wir auf das Podest heben und anbeten. Aber das ist ja auch gar nicht das, was die Frau möchte. Also eine Frau mit gesundem Selbstwertgefühl möchte das nicht. Genauso wie du das vielleicht gar nicht möchtest, auf ein Podest gehoben werden. Und wenn wir aber jetzt sie einfach als Ausprägung genau dieser Grazie, Schönheit, Weiblichkeit sehen, dass sie eine Ausprägung davon ist, dann ist das doch eine sehr, sehr große Ehre, dass diese göttliche Schönheit, Macht, was auch immer Grazie, durch sie hindurch fließt und wir genau diese Schönheit in ihr sehen. Also das ist so das metaphysische, philosophische Konzept dahinter. Das ist der Grund, warum halt gerade genau diese Verehrung, diese furchtlose Verehrung auch einfach so ganz anders ist, als zu sagen, boah, ich finde dich schön, ich möchte dich als meine Freundin haben. So das ist halt, es ist halt so super viel Druck auf diese eine Person, anstatt einfach, also du willst dann halt auch diese Person, anstatt einfach zu feiern, dass sie schön ist, dass sie eine Ausprägung von Schönheit ist. Es ist doch auch viel angenehmer zu wissen, dass man nicht alleine ist in dem, was man anscheinend gut kann oder ist. Also wenn jemand sagt, du bist der Einzige auf der ganzen Welt, der so attraktiv Fahrrad fährt, dann ist das kein Kompliment, was leicht zu verdauen ist, was du leicht annehmen kannst. A, weil das ein beschissenes Beispiel ist, entschuldige mich dafür, aber B, weil du der Einzige bist, der etwas kann, das legt uns Druck auf die Schultern. Da fühlen wir uns einsam. Das ist, oh, das ist eine hohe Verantwortung. Ich bin der Einzige. Und das ist dann auch so, performen müssen. Exakt, ja. Damit machst du es jemandem nicht leicht, wenn du sagst, du bist die Allerschönste auf der Welt, du bist die Einzige, die X oder Y. Du bist die Einzige für mich, du bist die schönste Frau der Welt für mich. Kein gutes Kompliment. Kein gutes Kompliment. Es macht Druck. Es macht Druck. Druck ist kein Mittel der Verführung. Im Gegenteil. Wir wollen Raum schaffen in der Verführung. Wir wollen den Raum schaffen, in dem sie sich auch auf dich zubewegen kann. Wenn sie sich nicht auf dich zubewegt, dann war das keine Verführung. Dann war das ein Jagen. Und ein Jagen funktioniert nicht in der Verführung. Es ist nämlich ein Spiel. Du jagst, sie jagt, ihr werdet beide voneinander gejagt, ihr verführt euch gegenseitig. Darum Druck aufbauen wollen wir nicht, sondern wir wollen genau das Gegenteil mit einem schönen Kompliment machen. Wir wollen ihr diese wunderschöne Einzigartigkeit dieses Charakterattributs zuschreiben, weil sie Teil einer kleinen Menge an Menschen ist, die dieses Charakterattribut haben. Du bist eine der wenigen, die so fokussiert sich auf etwas stürzen kann. Und ich finde es so sexy, wie du ganz vertieft in deiner Gitarre bist. Das finde ich wunderschön. Das machen echt wenige Menschen. Aber das merkt man bei dir, dass dir das echt wichtig ist. Damit habe ich ihr etwas zugeschrieben, was viele Frauen machen, viele Menschen grundsätzlich. Und sie gehört dazu. Da ist ein Zugehörigkeitsgefühl und Wertschätzung, weil sie das hat. Und das sind diese Nuancen, die wir, ja, ich meine, es gibt so viele Nuancen der Verführung, die wir dir hier mitgeben können, die du auch natürlich bei uns in den Flirt-Spezialisten und in der Flirt-Masterclass alle lernst. Aber wir wollen dir etwas viel Wichtigeres mitgeben. Wir wollen dir etwas mitgeben, womit du für den Rest deines Lebens nicht mehr einzelne Tipps und Snippets an Informationen brauchst von uns, sondern du das Verständnis hast, das Grundverständnis, was Frauen brauchen, wie Frauen funktionieren, wie Frauen denken und was du brauchst und wie du funktionierst, damit Verführung ein leichtes ist. Und eines dieser Sachen, der ganz wichtigen Basics, wenn es um die Verführung geht von wunderschönen, intelligenten, treuen, ehrlichen Frauen, die Frauen, die du auch heiraten möchtest oder wenn du sie nicht heiraten möchtest, mit denen du zusammen sein willst, die an deiner Seite sein dürfen, ist der Faktor, dass ihr euch nämlich gegenseitig wertschätzt. Nicht, dass ihr versucht, die kalte Schulter zu zeigen, um irgendwie Interesse zu erwecken, herauszulocken. Wertschätzung ist ein unglaublich großer Teil. Es ist Liebe. Du möchtest ja Liebe erschaffen zwischen zwei Menschen und wie soll man Liebe erschaffen, wenn man die ganze Zeit sich nur darauf konzentriert, auf die ganzen Antiliebeskonzepte, wie willst du gelten, mach dich selten, man darf sich nicht zu available zeigen und die Frau soll dich auch jagen, all diese Sachen. Bloß nicht zu verletzlich zeigen, bloß nicht zu früh irgendwie die Liebe gestehen. Darüber reden wir ja sehr oft, als ob es da etwas zu gestehen gäbe. Das Problem ist halt dann einfach nur, dass wir glauben, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist oder dass wir was wollen, deswegen müssen wir es gestehen. Das ist die Sünde dahinter. Also all dieses nicht verletzlich zeigen, nicht das Herz zeigen, sondern die kalte Schulter nicht so tun oder nicht zeigen, dass sie irgendwie in irgendeiner Form... Ich bin hier gerade zu präsent. Es geht um uns beide. So, damit du mir im rechten Licht zurück bist. Genau, dankeschön dafür. Beide. Im rechten Licht. Gerne. Und die Wertschätzung ist ja auch generell, wo wir unsere Energie reinlegen. Vor Jahren habe ich mal in einem Buch über Finanzen einen prägnanten Satz gelesen. Und der war, der einzige Zweck von Geld ist Wertschätzung auszudrücken. Und der hat halt so resoniert mit mir und einfach dann auch auf so vielen Ebenen resoniert. Mhm. Weil, ob ich mir jetzt halt irgendwie eine Billig-Pizza für zwei Euro aus dem Supermarkt hole oder ob ich halt Geld in etwas investiere, was halt gesund für mich ist und halt auch das eine setzt manchmal auch die Menge, aber nicht unbedingt die Menge an Geld, die wir irgendwo rein investieren. Aber der einzige Zweck von Geld ist es, Wertschätzung auszudrücken. Also halt auch zum Beispiel mehr Trinkgeld zu geben. Weil du halt den Service wertschätzt, dass du gerade da bist oder das Getränk oder was auch immer wertschätzt. Und im Prinzip, also Geld ist halt einfach eine Art der Energie, aber wir können halt auch dann die Wertschätzung geben, indem wir halt die Aufmerksamkeit geben. Schönes Beispiel, aber auch gerade mit Geld. Weil wir, ich meine, wie viele Geschenke hast du gegeben an tolle Freunde, an Familienmitglieder? Und wenn es dann aber um dich ging, wie locker sitzt da die Tasche dann, um dir selber mal was zu gönnen? Ich habe auf meiner Kreditkarte, die kann man ja bei Revolut kann man die selber beschriften lassen. Da habe ich geschrieben, du bist es dir wert, gönnst dir. Einfach als Schriftzug. Wenn ich sehe, dass ich denke so, ah stimmt, ich bin es mir wert. Kann ich mir mal was gönnen? Und diese Wertschätzung, die wir uns, die wir anderen viel leichter schenken, da sind wir so hart mit uns selber im Gericht, dass wir, ja, sowohl bei Wertschätzung als auch bei Geld viel knausriger sind. Und deswegen, gerade auch bei Geld, also Coaching, Coaching kostet Geld. Okay, schön, aber du würdest deinem besten Freund vielleicht, wenn du es hast, etwas ermöglichen wie einen Urlaub oder du würdest ihm etwas, eine unvergessliche Erinnerung erschaffen, die auch Geld kostet, aber für dich selber sagst du dann, ja, nee, meine eigene Entwicklung, ah, das muss ich irgendwie selber hinkriegen, da bin ich auf mich alleine gestellt. Warum sind wir so gut zu anderen, aber zu uns selber dann zu hart und sagen, das muss ich irgendwie alleine hinkriegen und ich kann keine Hilfe annehmen? Bei Haustieren ja auch. Bei Haustieren, so unserem Haustier immer nur das Beste essen, zum Beispiel jetzt essen, aber für uns selber, ja, ist okay. Jetzt noch so ein Burger, ist okay. Weißbrot und passt schon. Aber das sind halt auch dann die Prioritäten und Wertschätzung halt ist, also Wertschätzung ausdrücken hat damit zu tun, wie viel wir uns selber wert sind und damit halt auch entsprechend so die, das was wir wertschätzen auf der Welt, also wenn wir, wenn wir jetzt bei der Frau zum Beispiel, darum ging es ja auch dann initial, dann sie als Objekt wertschätzen, in Anführungszeichen, das heißt so, du bist die schönste Frau der Welt für mich, dann ist da wahrscheinlich wenig Wertschätzung für uns selber drin, also dass wir, das sagt eine Person, die selber mit ihrem Selbstwertgefühl zu kämpfen hat, weil sie diese andere Person braucht und glaubt, dass sie halt so ganz viel aufbringen muss dafür, weil sie es selber nicht wert ist, muss sie ganz viel Energie, Leid, was auch immer, aufbringen dafür und das der anderen Person zeigen, eine ganz große Wichtigkeit in diese Person reinlegen, damit diese Person bloß nicht geht, ja, irgendwie, bloß nicht irgendwie sich von der anderen Person verabschiedet, damit, damit du nicht leidest, damit du, damit du jemanden hast, der auf dich, auf dich achtet oder der dich liebt oder was auch mal, als ob du dir dann halt die Liebe damit erkaufen kannst und wir können halt, also das geht halt glücklicherweise zweierlei, also wir können halt die, die Wertschätzung ausdrücken, indem wir, oder unser, unser Selbstwertgefühl erhöhen, indem wir halt mehr Wertschätzung ausdrücken, mehr, mehr das Wertschätzen, was wir in anderen wahrnehmen. Eine der, der prägnantesten Geschichten für mich war damals, als das iPhone 3, glaube ich, rauskam und das hat von mir aus 400 Euro gekostet damals, also das waren noch so Preise für ein iPhone damals und ich hatte 400 Euro gespart und bin dann halt in so einen Supermarkt gegangen, in so einen Elektro-Laden gegangen und da war dann das iPhone und dann war da halt für den gleichen Preis so ein Nicht-Smartphone, das halt Pseudo-Smart war von einer anderen Marke und ich habe mir dieses andere Smartphone gekauft damals, weil es mir nicht wert war. Also ich wollte, ich bin da hingegangen, mir das iPhone zu kaufen, aber dann, als ich es gesehen habe, hat irgendetwas in mir gesagt, so das darf ich nicht haben und habe mich dann für das andere entschieden, komplett aus Plastik, war extrem unglücklich damit und das war aber wichtig, weil ich dann nach, weiß ich nicht, einem halben Jahr spätestens dann gesagt habe, so was ist das für eine Scheiße eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Ich hatte das gleiche Geld für was Besseres investieren können und habe mich dann von dem Telefon getrennt und habe mir dann einfach ein neues geholt. Aber das war so prägnant für mich, weil ich habe, irgendetwas in mir hat gesagt, du bist das Bessere nicht wert und das ist mir später aufgefallen oder währenddessen halt durch das Leiden aufgefallen, was mache ich hier eigentlich? Und das ist halt genau das Ding, ich habe etwas anderes, ich habe mich selber nicht genug wertgeschätzt, deswegen habe ich mir nicht das Bessere gegönnt und das können wir halt einfach auch übertragen auf die Frau, die du halt so, so klasse findest, du sprichst sie nicht an, du sprichst halt lieber dir an, so wo du dich selber da fühlst in der Wertschätzung drin oder im Selbstwert. Und wie glücklich bist du dann damit? Das heißt nicht, dass die Frau halt ein schlechter Mensch ist, so absolut nicht, das meine ich nicht damit, aber wenn sie dir einen Korb gibt, dann tut das nicht so sehr weh, weil ich habe ja nicht so viel Interesse an ihr. Ja, und das macht nicht viel Sinn. Das ist halt so die, du bist halt extra in diesen Laden gegangen, um das gute Telefon zu bekommen oder dir das gute Telefon mitzunehmen und da deine Wertschätzung reinzulegen, das heißt im übertragenen Sinne, du bist jetzt vielleicht auf der Straße unterwegs und da ist dann diese Frau, die dir das Herz höher schlagen lässt, aber dann sprichst du sie nicht an und machst dann halt trotzdem, machst dann halt irgendetwas anderes oder sprichst halt irgendjemanden an, weil du halt draußen sein möchtest und gerade jemanden ansprechen möchtest und das machst du halt einfach nur so halbherzig, weil du dir einfach selber nicht mehr wert bist. Oder noch schlimmer, wie es halt 99 Prozent von uns machen, wir denken nicht mal daran, irgendjemanden anzusprechen, sondern wir gehen dann in die App hinein und schreiben jemanden an mit hey oder swipen und hoffen, dass sie dann das Wort eröffnet. Wir reden hier wirklich von Dimensionen der Wertschätzung für dich selber und für Frauen. Wenn du einer Frau nicht diese Wertschätzung äußern kannst, aus Angst verletzt zu werden oder dass sie das nicht annimmt oder dass es nicht funktioniert, nicht klappt, dann hast du Wertschätzung nicht utilarisiert, wie sie sein sollte. Dann möchtest du nämlich Ergebnisse wirtschaften durch Wertschätzung und das ist keine Wertschätzung, das ist ein Austausch von Gütern und damit hast du überhaupt keine Wertschätzung getätigt. Damit willst du etwas zurückbekommen und das ist sogar noch viel frecher, weil du erwartest, dass für diese paar mickrigen Worte, die nicht mal ehrlich gemeint sind, dass du dafür etwas bekommst und wenn du es nicht bekommst, was soll der Scheiß, alle Frauen sind so und dann tust du alle Frauen in einen Topf werfen, aber eben auf die schlechte Art und Weise. Es ist sowieso verrückt, wie wir, wenn eine Frau uns ablehnt, wie wir dann diese Ablehnung von nur einer Frau so annehmen, als hätten uns alle Frauen abgelehnt, als wären wir es nicht wert, geliebt zu werden, weil eine Frau uns ablehnt und du kennst das Gefühl, du weißt ganz genau, was ich meine. Dieses Gefühl, dieses Zerschmetternde, das wird vielleicht nie was. Jetzt habe ich schon so lange es versucht und habe immer noch keinen Erfolg. Die nächste, die mich ablehnt, also da gebe ich auf, weil das heißt, dass keine Frau Interesse an mir hat. Interessanterweise, wenn es um Ablehnung geht, da bist du bereit, sie in den Topf mit allen anderen Frauen zu werfen, aber du bist nicht dazu bereit, wenn es darum geht, sie anzusprechen und ihr ein Kompliment zu geben, denn dann geht es um sie. Dann willst du nicht allen Frauen ein Kompliment machen, sondern, nein, nein, warum sollte ich allen Frauen ein Kompliment machen? Ich habe doch gar keinen Bock auf alle Frauen, ich will nur sie, also werde ich ihr ein Kompliment machen. Okay, alles klar, dann hast du diesen Tunnelblick, willst unbedingt alles richtig machen und wenn es dann schief geht, dann kommt die Doppelmoral, weil dann hast du nicht mehr den Tunnelblick und sagst, ja okay, diese eine Frau hatte kein Interesse an mir, kein Problem, es gibt noch genügend andere. Nein, sondern dann auf einmal ist der Tunnelblick weg und dann auf einmal siehst du alle Frauen in ihrer Gänze und sagst, ja, alle Frauen haben keinen Bock auf mich. Macht doch keinen Sinn. Entweder du beziehst immer alle Frauen mit ein oder du beziehst eben nicht alle Frauen mit ein und du bist wirklich nur auf sie fokussiert, aber das Mischmasch, das macht keinen Sinn, besonders so wie du es machst, ist es halt ein Mischmasch, was maximal schädlich für dein Selbstvertrauen ist. du hast beim Ansprechen bist du fokussiert auf ein Ergebnis, ergebnisorientiert, das muss jetzt bei ihr klappen, schlimmer geht es nicht und dann, wenn es nicht klappt, dann hast du die Gesamtheit aller Frauen auf dich bezogen als so ein Urteil, dass du nicht wert genug bist für Frauen grundsätzlich. Macht keinen Sinn. Wenn wir es genau invertieren, dann macht es maximal Sinn für ein stärkendes Selbstbewusstsein. Lass uns das Ganze mal invertieren. Ich will nicht ihr ein Kompliment geben, weil nur dieses eine Mädchen und diese eine Frau und dann will ich keine Fehler machen und die anderen interessieren mich nicht. Nein. Frauen sind grundsätzlich toll, wow, überall sind tolle, schöne Frauen und glückliche Pärchen und auch tolle Männer und wow, überall ist Schönheit um mich herum und wow, also jetzt bei ihr kann ich nicht still sitzen bleiben. Ich muss ihr das einfach sagen, weil sie ist jetzt wirklich nochmal mir gerade ins Auge gestochen. Alles klar. Und dann sage ich ihr das, stellvertretend für alle Frauen, du hast etwas, das sehe ich so selten bei Frauen, das finde ich unglaublich sexy und du gibst dieses Kompliment ihr, aber stellvertretend für etwas, was du in allen Frauen gesehen hast und wenn sie dir jetzt einen Korb gibt, wenn sie jetzt sagt, oh, Dankeschön, aber ich bin verheiratet oder ich habe einen Freund, dann sie ist einfach nur als, ah, diese eine Frau ist verheiratet. Wunderschön, ich freue mich für sie, aber es gibt noch so viele, die Single sind. So machen wir es nicht, oder? Wir machen es genau andersrum und boxen uns damit richtig schön in den Kopf. Macht gar keinen Sinn. Ja, es ist genau dieses Invertierte und das ist ja nicht mal etwas, was du bewusst machst, sondern es ist natürlich dein Ego, das nicht möchte, dass du dich weiterentwickelst, das nicht möchte, dass du diesen Schritt gehst und es findet einfach maximal viele Gründe in jedem Moment, damit du das nicht machst, damit du nicht diesen Schritt darauf zugehst. Es ist halt viel angenehmer und einfacher, also einfacher auch für dein Ego, einfacher zu sagen, alle Frauen lehnen dich ja sowieso ab, versuch es nicht nochmal. Hier ist der Beweis dafür, dass diese eine Frau jetzt gesagt hat, nein, in welcher Form auch immer, ist der Beweis dafür, dass alle dich ablehnen. Das heißt, dein Ego könnte gewinnen dafür, damit, dass du das nicht nochmal versuchst und ich nochmal etwas Unbekanntes machst, sprich, Frauen ansprechen, Frauen kennenlernen. Obwohl du ganz logisch weißt, das ist keine Gefahr für dich, aber dein Ego ist halt älter und kräftiger als dein rationales Denken und sagt dir, mit dieser Ausrede, dass du es nicht nochmal versuchen brauchst. Und das fühlt sich halt richtig an, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das fühlt sich halt immer so richtig an, weil es halt so negativ ist, weil es so niederschmetternd ist. Und deswegen muss es ja echt sein. Deswegen muss dieses Gefühl ja richtig sein. aber dieses andere Gefühl, was dich freier fühlen lässt, stärker fühlen lässt, das muss ja falsch sein, weil es ist unbekannt. Du kennst das gar nicht so, siehst das nicht so häufig in deinem Leben. Genau. Und in welcher Welt leben wir denn, dass du dich gut fühlen könntest? Du hast es doch immer gesehen, um dich herum, dass alle immer gestresst waren. Dein Vater ist gestresst von der Arbeit gekommen. Und dann gab es auch immer diese Briefe auf dem Küchentisch, wo stand Rechnung. Und dann haben immer deine Eltern gesagt, die wollen jetzt schon wieder Geld von uns haben, die Schweine. Und dann haben die sich auch gestritten und so weiter. Und dann hast du halt immer gesehen, okay, erst mal ist Geld was Negatives scheinbar, weil irgendwie jemand, der das möchte, ist ein Schwein. Und dann hast du gesehen, dass obwohl deine Eltern irgendwie in einer Beziehung waren und eigentlich glücklich sein müssen, sich auch immer gestritten haben. Das heißt, Liebe ist für dich auch halt mit einem Kampf verbunden, mit einem Gegeneinander verbunden. Das sind alles Eindrücke, die du bekommen hast, die sich dein Ego gemerkt hat. Und dann, wenn du halt irgendwie versuchen möchtest, von mir aus selber irgendwie einen besseren Job zu bekommen, das heißt, du hast ein Vorstellungsgespräch und so weiter und bist wahnsinnig nervös davor. Oder du sprichst die Frau an oder möchtest eine Frau ansprechen, die du gerade gesehen hast und bist wahnsinnig nervös davor. Das sind halt dann so Momente, wo dein Ego eingreift und sagt, nee, 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 mach das mal besser nicht. Ich beschütze dich hier gerade nur davor, dass die Schweine dir nicht das Geld wegnehmen und dass du nicht ständig im Streit mit deiner Partnerin bist, die dich eigentlich lieben sollte. Lieber alleine bleiben, bis dahin haben wir ja auch überlebt. Und das macht dich dann gleichzeitig unglücklich, weil du willst ja was anderes. Klar, wenn dann jemand dir in dieser Wolke aus Negativität dir ein Kompliment machen wird auf der Straße und eine Frau käme auf dich zu und sagt, hey, du hast mega die sympathische, attraktive Ausstrahlung, das wollte ich dir einfach nur mal sagen, dann bist du verwirrt und glaubst es ihr vielleicht nicht mal, weil du denkst das ja selber nicht mal von dir selber. Das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem, Jungs. Wenn wir nicht selber uns gut finden, wenn wir nichts an uns selber gut finden, was wir selber lieben an uns, was nicht wir einzigartig sind, wo nur wir das haben, sondern was auch viele Männer haben, aber wir haben es eben auch. Wenn wir das nicht sehen, wenn wir das nicht wahrnehmen, nicht wertschätzen können, dann können wir es auch nicht bei Frauen wertschätzen. Wie sollen wir das denn? Unser Auge ist überhaupt nicht geschult darauf, Dinge zu finden, die schön sind, die beneidenswert, die bewundernswert sind. Unser Auge ist darauf geschult, Dinge zu finden, die wir haben wollen, weil wir sie nicht haben. Und dann, wenn wir sie nicht bekommen, dann ist es umso schlimmer. Ich werde es nie bekommen. Aber was du in anderen sehen möchtest, das musst du in dir selber sehen können. Und wir müssen uns nicht wundern, wenn es Beziehungen gibt heutzutage, wo der Mann sich nicht traut, seine sensible Seite zu zeigen, weil er die ganze Zeit den Eindruck hatte, dass er das nicht darf, dass er stark sein muss, hart sein muss und die ganze Zeit nur für sie da sein muss und das Weltbild in dieser Beziehung das Ganze nicht entkräftet und sie, ja, das vielleicht sogar von ihm ebenfalls so erwartet. Dann hast du Bingo. Dann hast du nämlich, dann haben sich zwei Menschen gefunden, die einfach noch nicht verstanden haben, wie man eine gesunde Beziehung führt. Und dass man die Wertschätzung, die wir uns selber geben, ja, eben dadurch, dass wir sie uns selber geben, dann eröffnen wir den Kanal, der Kanal wird durchgeflutet, wird gespült, der wird sauber gemacht, dass wir diese Wertschätzung auch an jemand anderen geben können. Und wenn wir sie an jemand anderen geben, weil der Kanal sauber ist, durchgespült ist, weil wir oft Wertschätzung hin und her schicken können, können wir auch die Wertschätzung vom anderen annehmen. Und dadurch sehen wir erst, wir kriegen ständig Fragen, woran kann ich erkennen, dass eine Frau auf mich steht? Du wirst es nicht erkennen. Wenn du in dieser negativen Wolke bist, kannst du unmöglich sehen, dass eine Frau dich mag. Diese Kanäle müssen freigespült werden, damit du überhaupt siehst, oh, da kommt gerade Wertschätzung an. Aber wie soll das gehen, wenn du selber nie Wertschätzung geben willst? Und da sind wir verklebt, da sind wir einfach nicht flexibel, da sind wir in unserem Kokon eingesperrt, eingeschlossen und der muss aufgebrochen werden. Da müssen wir einfach Stück für Stück sagen, ey, auflockern, Stückchen mehr in die Liebe kommen, Stückchen mehr in die Bewegung kommen, Stückchen mehr ins proaktive Eröffnen von Gesprächen, von Wertschätzung teilen, reingehen. Wir dürfen mehr entdecken, wir dürfen mehr wertschätzen, wir dürfen mehr verehren, wir dürfen mehr teilen und wir dürfen uns auch wieder verabschieden. von Personen, weil das Ganze muss nicht für den Rest unseres Lebens dann in Stein gemeißelt sein, nur weil du eine Frau angesprochen hast. Sondern es kann gut gehen, es kann nicht gut gehen, ist völlig egal, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, ob es gut geht, ob es schlecht geht, Hauptsache du hast eine schöne Geschichte geschrieben, eben dadurch, dass du was gemacht hast. Und sowieso gibt es keine Fehler, es gibt nur lustige Sachen oder lehrreiche Sachen. Das ziehst du aus der Situation. Und diesen Step-by-Step-Process, den gehst du schon von der ersten Minute an, wenn du sagst, okay, 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 alles klar. Was mag ich denn an mir selber? Und wenn du jetzt diese Podcast-Folge zum ersten, vielleicht kommst du gerade zum ersten Mal auf den Freundinnen finden Podcast, dann geh doch mal den ersten Schritt, herzlich willkommen, indem du hier in die Kommentare gerade mal etwas schreibst, was du an dir selber schätzt. Was liebst du eigentlich an dir? Vielleicht können wir von dem Begriff Liebe noch nicht so stark reden, aber was schätzt du denn an dir? Was gefällt dir an dir selber, was du gut kannst, wo du etwas in Ehren hältst, was du findest, dass das ein wertvoller Beitrag für die Welt ist? Schreib es doch jetzt mal bitte in die Kommentare. Denn wenn du das dort einträgst, dann wirst du merken, dass sich im nächsten Augenblick etwas Leichtes bei dir tut. Denn diese Wertschätzung, die du hast für dich selber, die ist auch gleichzeitig jetzt in diesem Kanal etwas rumgespült worden. Und das fühlt sich befreiender an, das fühlt sich leichtherziger an. Und das ist genau die Wellenlänge, auf der wir sein dürfen, damit es auch mit Frauen klappt. Und dann im nächsten Schritt, das ist dann die Flirtanalyse bei uns, www.flirtanalyse.de. Dann kommen wir zu den leichten Sachen, die dann auch Spaß machen mit anderen Menschen. Wenn du ins Gespräch kommst, flirtest, wie Frauen dann anfangen, dich zu begrüßen mal auf der Straße, das sind Sachen, die glaubst du vielleicht nicht mal, dass die überhaupt möglich sind. Aber Frauen werden dich anders anschauen, anders wahrnehmen. Du wirst Situationen erleben, wie der David, der von seiner Arbeitskollegin um den Hals gesprungen wurde und im Fahrstuhl abgeknutscht wurde. Das sind Sachen, die passieren können, aber Step by Step, nicht sofort, nicht direkt erwarten, ja, aber wie soll das denn passieren? Das ist das Ziel, was so ganz weit weg erscheint. Wie soll ich denn da jemals hinkommen? Step by Step, Mann. Prozessorientiert. Erstmal müssen die Kanäle wieder durchgespült werden. Also fang direkt an. Schreib etwas Schönes über dich selber jetzt in den Kommentar. Ich bin sehr gespannt. Ich lese alle Kommentare und damit hast du etwas an Zeichen gesetzt für dein Unterbewusstsein. Im Übrigen, eins der wichtigsten Techniken, die ich tagtäglich anwende, ist mich selber zu überzeugen, mein Unterbewusstsein zu überzeugen von einer Realität, die es jetzt noch nicht geglaubt hat. Wenn ich nervös bin, eine Frau anzusprechen oder ich habe mit einer Frau geredet und sie hat mich komisch angeguckt und gedacht, was ist das für ein komischer Kauz. Dann meldet sich mein Unterbewusstsein und meldet sich das Ego im Unterbewusstsein mit, oh, du bist ja ein Loser. Okay, was merke ich dann? Ich merke, weißt du was, ich bin gerade zu prozessorientiert. Anscheinend wollte ich da irgendein Ergebnis und jetzt denke ich von mir, dass ich ein Loser bin, weil ich es nicht bekommen habe. Was werde ich jetzt tun? Ich werde mein Unterbewusstsein überzeugen mit Beweisen, dass ich nicht ergebnisorientiert bin. Ich werde sagen, weißt du was da oben? Schnappi, Rudolf, nenn es wie du möchtest, dein Ego, die kleine Stimme da hinten, die dich fertig machen möchte und klein halten will. Sagen ich, weißt du was? Ich beweist dir jetzt, dass ich eben nicht so ergebnisorientiert bin. Ich bin prozessorientiert und genau deswegen werde ich jetzt fünf weiteren Frauen ein Kompliment geben und ich will nichts zurückhaben. Nichts, zero, nada. Ich werde jetzt auf sie zugehen und ihnen etwas Wunderschönes wünschen, Wunderschönes sagen und mich dann direkt verabschieden und sagen, das wollte ich dir einfach nur sagen. Auf Wiedersehen. Und während ich das so mache, merkt mein Unterbewusstsein, okay, irgendwie habe ich den doch nicht so unter Kontrolle. Er ist ja vielleicht doch viel prozessorientierter, als ich es gerne wahr hätte. Und so hole ich mir meine Macht wieder. Indem du dich nicht kontrollieren lässt von diesen kleinen, beschissenen Gedanken, die dir irgendwann mal eingepflanzt wurden, von irgendwelchen Obrigkeiten. Man macht das nicht, sagt das nicht, das gehört sich nicht und so weiter. Ich scheiße alles drauf. Wenn dein Herz im rechten Fleck ist, dann kannst du so vieles machen und sagen und tun, weil du weißt, du bist einer von denjenigen, die das machen, um die Welt schöner zu machen. Und deswegen, also hör da nicht auf diese Stimmen. Ja, das ist ja genau das Paradoxe. Bei gerade den Männern mit Herz, ich verdecke das gerade ein wenig, bei den Männern mit Herz, die wir seit 12, 13 Jahren mittlerweile betreuen, das sind Männer mit Herz. Männer, die ein so starkes Gefühl für Empathie haben, ein so starkes Mitgefühl für andere, einen so starken Wunsch, jemand anderen nicht zu stören, nicht auf die Füße zu treten, jemand anderem seinen Raum per se zu geben, aber mit dem Preis, sich selber zurückzuhalten. Und die Sorge, die sie dabei haben, ist, wenn ich jetzt irgendwie anecken sollte, dann ist das nicht gut. Dann trete ich da mit anderen auf die Füße, dann störe ich die, dann zerstöre ich deren Tag oder was auch immer. Oder irgendwie, wenn ich jetzt, was ist, wenn ich jetzt vielleicht doch nicht so empathisch sein sollte, dann lesen sie irgendwie von Narzissmus oder sowas oder von Psychopathie, das Gegenteil von der Empathie. Glauben dann, okay, dann bin ich vielleicht ein Psychopath oder sowas. Die Sorge, also dass du dir Sorgen darüber machst, dass du ein Narzisst sein könntest, zeigt, dass du keiner bist. Keine Sorge. Und das ist ja genau das Paradoxe daran. Also die Männer, die ein so, ein so großes Herz haben, die wollen ja der Frau nicht schaden und weil sie ihr nicht schaden wollen, machen sie erstmal gar nichts. Und das Paradoxe ist, dass du damit euch beiden schadest, weil die Frau möchte jemanden, die wir dich kennenlernen. Aber wenn du nicht es schaffst, dieses Selbstwertgefühl in dir zu kultivieren oder auch den Mut von mir aus einfach nur kurzfristig zu zeigen oder dein Unterbewusstsein in Kontrolle zu bekommen, also dein Ego unter Kontrolle zu bekommen. Und das meine ich jetzt gar nicht kämpferisch. Da gibt es einfach ganz spielerische Methoden. Das funktioniert auch nur spielerisch. Also kämpfen funktioniert gar nicht. Kämpfen ist Mechanismus des Egos. Wenn du dich nicht auf diese Reise begebst, dann sind so viele Frauen und du unglücklich. Frauen müssen sich dann einfach damit zufrieden geben, dass sie alleine bleiben müssen, weil sie halt niemanden Tolles finden. Oder sie nehmen halt den Zweitbesten, das Zweitbeste Arschloch, was sie halt irgendwo im Club kennenlernen und sind dann halt auch nicht glücklich. Frauen warten darauf, dass sie dich kennenlernen. Und deine Aufgabe dafür ist es, halt genau dieses große Herz zu, wollte ich gerade sagen, zu kontrollieren, aber es ist nicht das richtige Wort, zu richtig zu spielen lernen, richtig mit dem Flow zu gehen, in die Leichtigkeit zu kommen, die Leichtherzigkeit zu kommen, anstatt in die Schwermütigkeit. Mut als Begriff von Herz, Courage, Mut, Schwermut, das ist halt der schwere, das schwere Herz, in das leichte Herz darfst du reinkommen. Und dafür sind halt dann auch die Flirtelemente da. Also zum Beispiel habe ich gerade das Anhängen genannt. Wir haben in der letzten Folge oder jetzt auch hier in dieser Folge über die furchtlose Verehrung gesprochen, aber auch in der letzten Folge über die Ja-und-Regel und so weiter. Es gibt so viele, so, so viele ganz einfache und vor allem auch spaßige Flirtelemente und wenn du die gelernt hast, kannst du an einem Wochenende alle lernen. Geh auf www.interessewecken.de, hol dir den Kurs. Den kann sich jeder leisten. Jeder, jeder, jeder. Wenn du ihn dir nicht leisten kannst, weil du gerade noch Student bist oder sowas, dann brauchst du uns einfach nur eine E-Mail zu schreiben und dann bekommst du den Kurs sogar kostenlos. Also geh auf www.interessewecken.de, damit du endlich mal weißt, wovon wir sprechen, damit wir die ganze Zeit über Flirtelemente reden. Damit du das auch für dich nutzen kannst, weil du kannst schon längst flirten. Das ist es ja, du weißt es nur noch nicht. Genau. Und das Ding ist halt auch, nicht, dass wir dir, und das ist leider so, das Komische vielleicht für dich, weil du willst ja irgendwie Sprüche haben daran. Also wir geben natürlich irgendwie einen Leitfaden für die einzelnen Flirtelemente. Aber wie Andi am Anfang schon gesagt hat, es ist nicht so, dass du, dass wir dir irgendwie Sprüche geben und dann funktioniert das hier irgendwie so, sondern wir wollen, dass du das Prinzip dahinter verstehst. Warum das für dich funktioniert. Warum die Ja-Und-Regel von mir aus für dich funktioniert. Wie sie für dich funktioniert. Nicht, dass du halt irgendetwas anderes kopierst. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist halt genau das, was du dann, was wir dir dann auch mitgeben. Und das kannst du halt, das kannst du mit allen, mit allen Menschen, die du triffst, direkt machen. Und das ist auch das Wichtige dabei, dass du es mit allen machst. Nicht einfach nur bei Frauen. Bei hübschen Frauen. Bei Frauen, die dir gefallen und sowas. Weil dann hast du immer Ausreden oder dein Ego hat immer Ausreden, jetzt gerade das nicht zu tun. Aber wenn du die leichtherzige Person bist, weil du flirtest, das ist ja auch das Ding, also das ist auch mit dem Interessewecken. Und also interessewecken.de, so einfach, damit du die Flirtelemente lernst. Und auch die Möglichkeit, das als Stipendium zu machen. Gratis eventuell sogar. Also wenn das für dich dann, wenn du dir das nicht leisten kannst. Das ist ja auch gerade dann, wie wir, und das wäre auch deine Idee dahinter, als du das Interessewecken.de gebaut hast, die Welt zu einem besseren Ort, zu einem leichtherzigen Ort zu machen. Weil wenn wir lernen zu flirten und Dinge einfach und uns selber nicht mehr so ernst zu nehmen, dann verschwinden auch plötzlich so, so viele Probleme, die wir haben. So viele, so wie in der letzten Folge, wie wir darüber gesprochen haben, so unser Gesicht wahren zu wollen und so weiter. Und auch ein großer, großer Grund, also wir haben viele Männer in unserem Coaching, 60, 70 Prozent, die wurden gemobbt damals. Und also in den Mindset Calls sprechen wir ständig darüber, über Mobbing und so weiter. Und das Ding ist, wenn, also jetzt wo die Männer gelernt haben zu flirten, werden sie halt auch nicht mehr irgendwie blöd angeschaut und gemobbt und so weiter. Was hat sich verändert? Haben sich die anderen Menschen verändert? Nein, du hast dich verändert. Und das Ding ist, wenn unsere Kinder schon lernen, zu flirten, mit allen Menschen einfach leichtherzig zu sein, sich selber nicht zu ernst zu nehmen, dann verschwindet auch das Mobbing. Weil, überleg dir doch mal so, du wirst halt irgendwie angegangen in der Schule von irgendwem, der halt gerade irgendwie einfach Spaß haben möchte und sagt so, oh, du hast aber eine komische Brille, du hast eine komische Brille auf. Und dann kannst du das halt, du kannst halt dann Nein sagen, Nein habe ich nicht und damit hast du halt schon verloren, weil du die Energie, die spaßige, leichtherzige Energie, die halt von einem präpubertierenden Jungen daherkommt, was wahrscheinlich auch nicht witzig ist, aber diese leichtherzige Energie, die hast du direkt geblockt mit einem Nein und da kann einfach nur was Destruktives bei rauskommen. Wenn du aber Ja sagst, ja, das ist eine komische Brille, du solltest mal die anderen sehen, die ich zu Hause habe, ich habe eine, die ist so groß, dann nimmst du ihm den Wind aus den Segeln und er lacht vielleicht sogar mit oder beim nächsten Mal lacht er mit, aber das Wichtige ist, dass du nicht nicht Ziel dieser, dieser, dieser destruktiven oder dieser, dieser leichtherzigen Energie bist, sondern da mit auf der Welle schwimmst. Und das ist im Prinzip Flirten. Also Flirten ist die Leichtherzigkeit dahinter. Und gerade das, wenn du das halt mit den Menschen und deiner Umgebung machst, die werden sich besser fühlen. Das ist so interessant, das ist so charismatisch, weil das kaum jemand macht. Gerade in Deutschland. Kaum jemand weiß, wie flirten geht, weil die meisten denken, und du wahrscheinlich auch, ja flirten, das mache ich halt nur mit der, mit der Frau, die mir gefällt und dann muss das halt schon irgendwie klappen. Und weil ich das nicht bisher konnte, heißt es, dass ich das nicht kann. Und du sparst es dir auf. Du wartest auf die richtige Situation, die richtige, in Anführungsstrichen, bei der du das endlich machen kannst. Aber dann bist du so nervös, weil du so ungeübt bist, so eingerostet. Diese Kanäle sind so verstopft, dass du das bei der erst recht nicht hinbekommst. Keine Chance. Wie sollst du das machen? Du schaffst es ja nicht mal bei dir selber. Hast du, hast du schon den Kommentar geschrieben hier drunter? Hast du schon etwas Positives über dich gesagt? Schon etwas gefunden, was du an dir wertschätzt? Nee, machst du später, ne? Ja, mache ich später. Brauche ich das mal. Kann ich auch irgendwie mir selber denken, ja, ich mag mich doch. Dann sag doch mal konkret, was du an dir magst. Warum nicht? Indem du es ins Kommentarfeld schreibst, hast du es einmal wirklich abgetippt, dann siehst du es auch vor dir. Indem du auf Enter drückst, hast du uns Wertschätzung geschenkt, weil Kommentare helfen ja auch dem Algorithmus von solchen Videos wie hier. Das heißt, es ist Win-Win passiert. Allein, dass du das schon geschrieben hast, hast du schon etwas Wunderschönes in der Welt kreiert, für dich und für andere. Dann sieht dieses Video vielleicht noch jemand, der das sehen sollte, weil es dann vielleicht den zwei Menschen mehr vorgeschlagen wird. Es gibt keine verlorene Kommunikation. Gibt es nicht. Entweder wir haben dadurch etwas Schönes erschaffen oder wir haben uns selber etwas ins Unterbewusstsein geredet, etwas Positives oder Negatives. Also bitte, sei Teil der Lösung für dich und für andere und wir sehen, es gibt keine Stagnation. Wir sind entweder auf der Aufwärtsspirale oder auf der Abwärtsspirale. Zeit, mal wieder auf die Aufwärtsspirale zu kommen. Man kann immer wieder runterfallen. Kein Problem, aber dann müssen wir einfach wieder aufsteigen. Ich bin tausendmal schon runtergefallen. Wie gesagt, ich wurde ja auch schon gemobbt, mehr als nur gemobbt in der Schule. Ich wurde richtig verdrescht, richtig verprügelt, mir wurde Zahn rausgeschlagen. Aber jetzt konnte ich das nehmen und konnte sagen, okay, entweder ich bin halt derjenige, der immer nur verprügelt wird und was gibt es an mir schon zu lieben oder ich sage, weißt du was, die bestimmen nicht, wer ich bin. Ich bestimme, wer ich bin und ich bestimme, was ich mit meinem Leben mache und wegen denen mache ich das jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Schönes Motto für jeden, der immer wieder das Gefühl hatte, mal auf den Boden geknallt worden zu sein. Jetzt erst recht. Aufspringen und wie ein Blummi noch stärker nach oben zu springen. Aber das Wichtige ist nicht, genau das Gleiche zu machen, sondern aus dem Fehler halt auch zu lernen und aus der Situation einen anderen Blickwinkel mitzunehmen. Also das hat ja auch Einstein gesagt mit die, wir können ein Problem nicht lösen mit derselben Denkweise, mit der es entstanden ist. Und das Problem, das du wahrscheinlich hast, irgendwie dann auch im Thema zum Beispiel Frauen ansprechen und so weiter, das ist halt die Verkopftheit. Das heißt, komm doch mal aus dem Kopf raus, das ist nicht irgendwie jetzt noch einen weiteren Spruch lernen, das ist noch mehr Verkopfen. Das ist nicht irgendwie noch irgendwie ein besseres Outfit dir anzuziehen und was es immer auch das bessere Outfit ist oder zweites Motorrad. Genau. Also das ist halt alles so, wo ist dann da die Grenze? Das ist Perfektionismus, das ist Verkopftheit, das ist Ego. Komm doch aus dem Kopf raus und komm mal in den Körper, in dein Herz und freu dich über die Tatsache, dass da einfach eine so schöne Frau ist, als Stellvertretung für Schönheit, für die göttliche Schönheit, für die göttliche Weiblichkeit, für die Grazie und so weiter, all die Beispiele, die wir vorhin hatten. Und sag dir das und freu dich darüber und damit bist du in dem Moment und weil halt das überall ist, Schönheit ist überall, du brauchst nicht sie dafür. Das heißt, du bist gleichzeitig auch in dieser, in diesem Kompliment, bist du gleichzeitig auch unabhängig. Und genau das ist das, was notwendig ist, um den Raum zu schaffen für die Verfügung, diesen Tanz und so weiter, für das Hin und Her, für das, für das Heiß-Kalt, für das Erlieb mich, Erlieb mich. Alles, was Spaß macht im Flirt. Alles. Es ist die, die Leichtherzigkeit. Und das ist halt das Pre-Requisite-Voraussetzung. Voraussetzung. Die Voraussetzung für den Tanz der Verführung. Und noch eine Sache gerade dazu, also weil, weil ich auch gerade von Schwermut und Leichtherzigkeit gesprochen habe. Viele von euch, wir kennen euch ja, viele von euch sind wahnsinnig schwermütig. Also die haben, ihr habt so tiefe Gedanken, ihr seid tiefgründige Menschen. Und das ist eure große Stärke. Das ist fantastisch. Deswegen gibt's ja auch dann im nächsten Step zum Beispiel nach der Flirt Masterclass die Seduction Mastery, damit wir noch mehr von diesem Gold aus euch rausholen. Also für dich selber da rausholen, damit du das weißt, wie du das halt auf die Straße bringst. Zum Beispiel mit den Filterfragen, mit dem Einbettungssatz und so weiter und auch noch vielen, vielen weiteren Lüte, genau, würde ich auch gerade sagen. Ja, also das ist eine ganz, ganz große Spielwiese, die nach der Flirt Masterclass sogar noch auf dich warten würde. Aber um erstmal, damit du einer Frau diese Tiefgründigkeit in dir zeigen kannst, ist die Leichtherzigkeit. So wichtig. Weil sonst kommst du halt einfach nur als schwermütiger, tiefgründiger, schwer zu verdauender Typ daher. Nicht, weil da an dir etwas falsch ist, sondern die Reihenfolge ist falsch. Erst die Leichtherzigkeit. Menschen wollen sich mit dir erstmal wohlfühlen. Genau. Was haben. Dann die Tiefe. Genau, ja. Das hat meine Ehefrau, muss ich jetzt immer, also ich bin ja immer noch dabei zu sagen, meine Freundin, aber jetzt kann ich langsam sagen, meine Ehefrau. Aber was cool ist gesagt zu einem ihrer Freunde, sie hat gesagt, darum mag ich ihn auch so. Weil es immer Spaß macht, mit ihm zu reden. Weil es so leicht ist, sich mit ihm zu unterhalten. Darum mag ich ihn auch so. Warum mag sie das? Weil es ihr es leichter macht, in dessen Nähe sich fallen zu lassen, sich gut zu fühlen. Wenn jemand ein guter Konversationalist ist, das heißt, er ist gut darin, Konversationen zu führen und dem anderen das Gefühl zu geben, dass es Spaß machen kann, dass es leichter sich sein kann, dass es nicht schwermütig sein braucht, dann macht das Spaß mit diesem Menschen. Und Menschen wollen mehr mit dir zusammentun, mehr abhängen, mehr Zeit verbringen, sie finden dich attraktiver und so weiter und so fort. Der Clou daran ist nicht, dass du das Richtige sagst oder dass du die richtigen Themen findest, die richtigen Fragen stellst. Der Clou daran ist, dass du verstehst, was Leichtherzigkeit überhaupt ist, wie wir anfangen können, den Kopf auszuschalten, damit der Flirtschalter dauerhaft an ist und du gar nicht mehr darüber nachdenken brauchst, soll ich jetzt den Flirtschalter anschalten, weil ich mag diese Person oder ist der die ganze Zeit sowieso an und ich wache morgens auf und ich stehe direkt auf und so, hey, wie geht's dir heute? Und es ist sofort an, es ist sofort in mir drin. Wie fühlt sich das eigentlich an? Wie geht's dir? Es ist alles schon längst da und du brauchst nicht noch mehr danach zu suchen, weil es schon immer da war, aber wir müssen es wieder anfangen durchzuspülen. Wir konnten das schon mal, als wir klein waren. Es ist an der Zeit, das wiederzulernen und den ganzen Mist zu verlernen, den dir die Obrigkeit mitgegeben haben, von wegen mach das nicht, das darfst du nicht und so weiter und so fort. Alles ernst, alles logisch und am Job musst du funktionieren. Ja, okay, im Job, in gewissen Momenten solltest du vielleicht nicht Quatsch machen. Okay, alles klar, aber es gibt genügend Situationen, in denen Quatsch machen nicht nur hilfreich ist, es kommt dir extrem zugute und dem Job zugute und du wirst dadurch noch mehr beliebt sein bei den Arbeitskollegen und du hast vielleicht sogar mehr Erfolg, weil du vielleicht im Außendienst bist, im Vertrieb oder sowas. Also Spaß machen können hilft dir auf aller, in jeder Lebenslage und das lernst du. Gerade im Vertrieb, also gerade, gerade die, der Standardvertriebler, der, nur im Sprüche klopfen, nur im Spaß haben. Und zur Weiterbildung geht er halt zu noch mehr roten, also aus der Farblehre der Persönlichkeit. Ja, so dominanten Typen. Genau, geht dann zu noch mehr, wie kann ich noch besser verkaufen, Tricks, Sachen, hier gibt es noch weitere, bessere Sprüche, anstatt das Miteinander. Also, wenn du, wenn du dich nicht angesprochen fühlst als Vertriebler, dann meine ich dich auch nicht. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann meine ich dich. Dann komm zu uns in die Flirtanalyse, wir helfen dir. Yes. Wir haben viele Vertriebler. Stimmt, Männer mit Herz gibt es überall und ich bin mir sicher, dass dein Herz noch nicht dort ist, wo es genau sein möchte. Lass uns gemeinsam auf diesen Weg gehen. Find heraus, wo deine Stärken liegen, wo du vielleicht jetzt schon attraktiv auf andere wirkst, wo du gar nicht mal weißt, dass du attraktiv auf andere wirkst, damit wir dieses Charisma aus dir rausholen in der kostenlosen Flirtübung-Charisma-Analyse. Gehe dazu einfach auf www.flirtanalyse.de und lass dich überraschen. Schau dir dort die Videos an, damit du einfach weißt, was dort auf dich zukommt. Macht mega Spaß, ist eine coole Gelegenheit, um zu wachsen und um einen Leitfaden zu bekommen, der wirklich handfest ist, mit dem du in den nächsten Wochen auch arbeiten kannst. Also www.flirtanalyse.de für heute sagen wir, mach's gut und bleib uns erhalten, bleib deinen Mitmenschen erhalten. Hast du dir jetzt mittlerweile den Kommentar geschrieben? Ne? Letzte Chance. Also, bleib uns allen erhalten, wir haben dich lieb und fahr vorsichtig. risks hair funny. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.